eine schöne strecke ja ich tritt euch mal bei also dem bei ich glaube scheinbar kann kann jeder mission irgendwelche mission starten das ist gut ich nicht mehr das verstehe ich wirklich nicht vor dem tor aber es hat reichstoff gegeben 50 ich komme ich raus hier über klettern ja auf die klos und auch nicht genauso bin ich auch raus das ist ein neuerchen noch gewesen aber mal rein andere seite muss auch was ein bisschen tricky mal auf die dinger musste ich glaube ich drauf stellen auf die auf diese fruchtkörbe da geht das oder fährst ein stückchen vor oder so genau da problem gelöst übrigens kev wenn du die karte aufmachst und dreieck drückst da findest du die einsätze da kannst du auch eine dann anmachen auch mal etwas martieren dann kannst du schon eine für eine hauptmission da anmachen ja die frage ist hauptmission finde ich die frage ist hauptmission sind wahrscheinlich die taktikkarte einsätze dreieck und fährst in die falsche richtung ne oh ok ja ist vor sich gerade so schön hatte mich hatte mich schon bewundert gerade ich denke so wir sind hier gerade im einsatz ja naja danach das wieder irgendwie gegner oder so die haben auf uns gestärkt geschossen also deswegen habe ich nachgeschossen der den see gesehen das könnte sein dass sie uns jetzt verfolgen da ist schon ein auto unterwegs jetzt müsste ich aber auf der richtigen strecke sein ja ja mit einem fahrerischen können dass du sie abgelenkt es ist aber komisch aber da zeigt mir den weg hier an obwohl es da unten geht ja du musst jetzt einmal um die quasi um den see herum das ist ein bisschen ich bin ich bin ich bin warte mal ich bin ich bin ich bin ich bin Verstanden. Das ist noch nicht der Haley gewesen, den wir suchen. Neuer Einsatz. Theoretisch können wir den hier auch machen. Super, jetzt hast du nämlich den hier abgebrochen. Welchen hat es nur markiert? Na, den mit dem Nahrungsmittelabwurf. Warte, ich bin jetzt unterwegs. Den hier, ne? Ja. Ich würde sagen, erst mal einen fertig machen und dann zumindest. Ja, 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 es war bei uns auch keine Absicht. Das war auch keine Absicht. Ich weiß nicht, was es war. Tabakal war mal ein wichtiger Kaffeeproduzent. Aber vor ein paar Jahren hat Santa Blanca die Kaffeebauern gezwungen, Kukka nicht restauriert. So, hier müssen wir jetzt aussteigen und suchen uns. Wer ist das Ziel? Da müssen wir auf den Ziel da hinten. Oder? Ne. Weiter unten. Ja, ja, ja. Hinter uns. Ich guck mal gerade, ob ich einen Weg hier von Twitter. Sicheren vor allen Dingen. Da haben wir genug Aufpasser, um die Kukkaleros bei der Stange zu halten und die Konvois zu sichern. Ja, ich war jetzt runter zu gehen. Ich stehe mit einer kleinen Rebellengruppe in Kontakt. Da unten ist so ein Strandgebiet oder so. Und was schlagen Sie vor? Gewinnen Sie Ihr Vertrauen. Erstens, ein alter Kukkalere namens Chavez hat versucht, die Bauern gegen das Kartell zu vereinen. Ich könnte mal von eben von hier die Drohne los schicken. Ja, mach das mal. Mach das mal kurz an. Ja, ja. Hier sind nur Feinde rechts aufstehen. Ja, deswegen soll sie ja mal erst mal erkunden. Ja, ja, ja. Alles gut. Ich halte mich auch gerade zurück. Ah, okay. Dann müssen wir den Hut den Heli stellen. Ja. Aber falls der Feinde uns sind, wäre gut, wenn ihr die markiert. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Nur der eine? Ne, das sind noch mehr. Ne, das sind noch mehr. Karte unten. Die Links habe ich gesehen. Die Links habe ich gesehen. Ich meine nur rechts der eine. Und direkt vor uns ist einer. Ich muss einen Tacken näher ran, wegen der Reichweite. Den hier unten, den können wir schon mal platt machen. Da ist, glaube ich, sonst kein anderer. Ich bin da befallen hier. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. Doch, bei sowas musst du Kev nicht zweimal fragen. Wie hieß es? Ich sehe, es mache ihn platt und ich hatte genau die Dings auf dem Kopf. Ja, warte da hinten. Ja, ja, ja. Da ist noch einer. Da sind zwei oder so, ne? Da war es ja noch. Da sind noch mehr. Die hast du noch nicht markiert gehabt. Ja, da sind noch ein paar. Die siehst du manchmal auch ein bisschen schlecht. Da kommt noch einer, glaube ich. Ich ziehe mich mal ein wenig nach links raus. Damit werde ich alle auf einem Haufen kleben. Hier ist auch noch ein Zivilist dabei. Und hier werden die wahrscheinlich noch in diesen Wirtshäusern sein. Ich habe einen. Also sehen tue ich gerade von oben nichts weiter. Ich bin schon an die Hütte runter gerannt. Okay. Nicht aus so weit Entfernung. Nein. Alles gut. Den ganzen hinten links habe ich dran. Habe ich. Ich habe den ersten Schuss so einen Ticken daneben gesetzt. Deswegen war der nicht direkt tot. Vorsicht, das sind auch Zivilisten hier drunter, ja? Die alle erschießen. Ja, ich schieße nur die mit den roten Kreisen. Hier muss links, hier muss noch einer irgendwo sein. Links von mir. Vor dem Flieger steht noch einer. Der von euch rechts ist einer nicht markiert. Sehr geil. Und oben vor dem Flieger steht noch einer. Oh, okay. Das wusste ich nicht. Scheiße. Wir haben uns entdeckt, ne? Nee, da steht gerade, wenn du einen kapitulierenden Feind tötest, kann es zum Spielende führen. Okay. Ich hatte glaube ich einen Grad, der hat sich vor mir ergeben. Okay, so. Das Wort. So, ich fliegen oder wollt ihr? Ich fliege mal eine Runde. Wie wäre es, wenn wir erstmal hier einsammeln, was hier noch liegt? Können wir auch machen. Ja, dann sammle die ein, ich kann das nicht mehr ansammeln. Hab. Einen sind auch noch Dokumente, oder? Ja. Wo die Boote sind? Was ist das? Nee, das war das nicht scheiße. Ich wollte Dings nehmen. Ich hole mal die Dokumente. Hier ist auch eine Munitionskiste rein theoretisch. Ich finde einen Zivilisten, keine Sorge. Dokumente habe ich. Wo ist Munition? In der Hütte. Ach ja, da wo die Kugeln sind. Ich hole euch auch gerade richtig Dunkel. Dokument nehmen. Bei mir ist Munition aufnehmen immer roter Kreis. Ok, bei mir ist das Dreieck. nein da ist ich kann das nicht ausführen dann hast du noch genug dann hast du voll wahrscheinlich weil ich von den gegnern gleich mit aufwägen das kann natürlich auch sein so alle an bord einer gut da hinten war voll genau voll viel zu entdecken und zu holen wenn man sich die karte da unten so anguckt ja ja wir sind ja gerade am anfang vom spiel ja aber das heißt dass wir auch sehr viel noch vor uns haben für das projekt ja ja das dauert wir spielen schon über ein halbes jahr dran jetzt mal gucken ob du einen von diesen einsetzen ja ich hätte wieder eine story also die frage ist das ist auch vorhin direkt um die ecke wir konnten auch mit dem heli fliegen kann mit richtig auch wenn man schon mal hier das geht das geht aber noch einmal was wir hier mitnehmen können also klauen wir jetzt praktisch den rutschauer den wir gerade den rebellen gebracht haben wir sollten aber gucken dass wir vielleicht nicht direkt dort landen so ein stück ein stück außerhalb ja das wäre ganz sinnig das war uns wahrscheinlich das ressort dann würde ich sagen landen irgendwo da hier links in dem kleinen see welche da hier daneben ja oder hier oben drauf genau meine ich ja hier auf diesem herr so auch vielleicht ein stück weiter hier dran damit wir nicht ganz so weit latschen müssen so hier würde ich sagen oder so ganz gut ja dann schauen wir uns das erst mal an so sieht es erst mal die lage checken naja vielleicht mit der drohe noch mal drüber naja so ich nehme das veranklar die haben stört das ist ja ja das ist das ding hier oben glaube ich ich konnte das ding kaputt schießen da unten das wäre super dann ist aber alarm ist euch klar ja habe ich gemacht der erste stot zweiter stot so dann schicke ich meine drohne war das eigentlich bin entdeckt worden da unten ist auch ein handy wo ist denn der dahinten also sehr spontan auch nur den einen draußen der ist in dem ersten eingang links ja die werden wahrscheinlich im gebäude waren ja der eine nicht so ich gehe mal ein tick weiter ran also hier rechts vor mir ist gerade noch ein roter war jetzt genau da wo du gerade rüber fliegst ja aber ich habe da doch noch ein laufend sind gerade die haben wir nur noch eine reichweite ich hatte sie hätten da unten ja ich gehe mal von außen ran einen habe ich sehr schön marcus die verstärkung kommt ja die verstärkung kommt hier gerade die koffer oben pass auf leute ja ich bitte mich mal ich gehe mal gucken ob ich in der nähe was finde ja ich habe eingezüttelt dass wir sind rechts ich habe keine granaten mehr schön ist das nicht ist weiß ich auch nicht ich habe mich noch ein bisschen zurückgezogen sie scheint irgendwie noch alles voll zu sein die steht überall noch alles rot ich habe jetzt gerade erstmal die da oben weggemacht ich gehe jetzt von links ans gebäude ran ja ich mache mich von rechts rum wo steht der scheiße der war hier bei mir rechts war noch einer ich komme zu dir wo ist der steck aus den habe ich nicht gesehen scheiße oh 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 oh